Heute besuchen wir Tobias in Beinbach auf einem Bauernhof. Er erzählt uns ein bisschen was er hier so arbeitet und welche Tiere er hier hat. Mein Name ist Tobias, wir haben Kühe, Hennen, Schwange. Okay, und wir machen jetzt eine kleine Hofführung. Er zeigt uns jetzt mal den Stall. Das ist eine Kuh. Und wie heißt die Kuh? Kühe. Wie viele Kühe habt ihr Tobias? Auch ein Lieblingshund, wie heißt der? Das ist der Krümel. Das ist dein Lieblingshund hier auf dem Hof. Sie sehen, ihr habt auch einen Traktor. Welches Fabrikat ist der Traktor? Fendt. Und wie viele PS hat der Kerl? Das weiß er nicht. 20? Nur 20? Nicht ein bisschen mehr. Bist du selber schon mal mit dem Traktor gefahren? Ja. Bist du schon im Schweinestall angekommen? Das sind seine Lieblingsferkel, die hier gemästet werden. Und er sagt uns noch kurz was dazu. Das sind Schweine. Naja, das wissen wir jetzt. Wir tun die Schlachten und das lecker Fleisch. Okay. Und tun dir die Tiere nicht leid, wenn sie geschlachtet werden? Nein. Warum nicht? Warum nicht? Nein. Tschüss. Wann kommt ihr wieder? Uns hat die Hochführung mit Tobias sehr gut gefallen. Und natürlich, wie er sagt, kommt ihr wieder, werden wir mal wieder kommen. Und dann wird er schon ein richtiger großer Bauer sein. und dann wird er auch noch mehr geben. Ich bin der Schlacht. Ich bin der Schlacht. Bis zum nächsten Mal. Im Laus. Und du darfst. Und du darfst. Vielen Dank.